Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space mit mir den Kabinen und äh, ja. Also wir sollten in der letzten Folge das Schiff irgendwie retten und äh, ja, hat nicht so ganz funktioniert. Ich glaube das ist kaputt. Ich hab das beballert. Aber ich glaube das wäre so oder so reingekracht. Also, ich hielt das für eine gute Idee. Naja, jetzt müssen wir zum Schiff, weil da ist ein Teil der Verbrauchung für das nächste Schiff, das wir abbrauchen können. Ja, mehr oder weniger. Was soll da schief gehen? Also mir verändern da eh nichts für die Sachen ein, aber... Wer bin ich? Ich bin bloß jemand, der alles kaputt machen tut und reparieren tut. Kaputt und reparieren, das passt überhaupt nicht zusammen. Und wie gesagt, hier krebset ja noch eh ein Vieh hier rum, ne? Dich unkaputt beahre. So, wir müssen da lang. Oder da lang? Wo müssen wir jetzt lang? Ah, jetzt reicht er da lang, oder was? Kannst du dich mal entscheiden? So, hier ist nichts drin. Was haben wir denn? Oh, eh ein Lebenspaket. Oh, wir haben aber zwei Platin. Äh, ja, gut. Okay. Echt jetzt? Geh weg. Ich finde das nicht gut. Habe ich das schon mal erwähnt? Gut. Ist mir jetzt scheiße, ja, ich werde jetzt jede Sekunde abspeichern, wo ich kann. So. So. Gut. Hier fällt doch ein... Habe ich das übersehen? Hey, Kohle. Cash. Money. Huh. Oh, schon will der Fahrstuhl. Gut. Also runter in eins können wir... Da in eins können wir nicht. Also können wir hier bloß in zwei. Pass auf, dann steigen wir aus. Äh, nie, doch nicht. Ihr müsst doch runter. Okay. Okay. Hm-mh. Tschüss Ups Keine Zeit Ups Stimmt ja Der fällt ja bloß auseinander Ach Mensch Ich hasse dich Ups Der lebt ja noch Jaja, lasst dir Zeit Ups Jaja, lasst mich durch Ja, renn uns noch hinterher Ich würd mal sagen, die haben keine Munition mehr Hä? Was ist denn das für ein Blödsinn? Wir haben da noch Munition Für die See Warum hat er denn die umgeschalten? Und warum habe ich jetzt die Lebensenergie genommen, ich Idiot? Och, Mann Ups Ja, toll Super, spitze Hast du toll gemacht Na ja Dann wollen wir mal, ne? Gut Wenn hier ein Terminal ist Ich geh mal davon aus, dass hier nichts kommt So, Inventar Verkaufen 10.000 Yay Wir sind aus dem Schneider Ich bin reich So Auf jeden Fall Ebener Lebensenergie Müssen wir mindestens da haben Achso Da bin ich dir ein bisschen falsch Alter Das ist so arschteuer Ich verstehe das nicht Komm, wir nehmen noch Ja, scheiß drauf Ema nehmen wir noch mit Und Ema Ditter Und Plasma Und die letzten 5 Ema und so Na toll Jetzt sind wir wieder arm Nachladen Ich hasse das Also So Bitte bleibt drin Er ist ganz geblieben Und da müssen wir auch noch hin Na super Schön Wir haben es geschafft Und tschüss Ich bin gleich wieder da Das muss ich nachher rauskarten Ich brauche Taschentücher So Und da bin ich auch wieder Alle am Stüße Taschentücher liegen hier Alter, kriege ich echt jetzt eine Rotze Oder hat Also Gut Sie haben es reingeschafft Hören Sie Ich habe gerade den Munitionsbericht Der Wähler gefunden Ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit Hier ein Zufall war Sie sind auf keiner Aufklärungsmission Oder Patrouille Sie sind bis an die Zähne bewaffnet Wie für einen Krieg Verstehen Sie, was ich sage? Isaac, ich habe ihn schon wieder verloren Kein Signal von Hammondsrick Finde diesen Singularitätskern Und dann verschwinde das Ja Also Alles vorbereitet Also Schnüpfung Also Das ist das Schlimmste Und kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen Knoten haben wir nicht mehr Hab ich ja doch Einen Knoten haben wir Gut Kapazität Oder Nachladen Nachladen ist immer gut Gut Ist eine gute Mischung Wer weiß, was jetzt noch kommt So Da ist eine Kiste Der ist doch schon mal schön Wo Nisch drin ist Alle verarschen Du nicht Naja Gut Die zieht aber komisch aus Äh Wird schon mal da draußen Spaziergang He he So Lass mir raten Vakuum Oder Kein Sauerstoff Stimmt Wir müssen ja auch Auf andere Schiffe Also Kein Sauerstoff Eintritt Schwerelosigkeit Wie ist denn Ditter So Was muss ich jetzt hier machen Der sieht ziemlich kaputt aus Ich glaube ich muss das da unten wegtackern Ne Will ich ja Aber du lässt mich ja nicht So Sie hat gesagt Radio Dingelsen Also Radio Dingelsen Wollen wir hier drinnen Ja Also Wer stammt Ich hätte doch einfach Aufgeben müssen Dich war nur Wo eigentlich Lass mich raten Ich muss das dann rausschmeißen Also Deswegen war ja Da Ne Hey mach doch mal So Hä Da du kannst du raus Oh oh Jetzt weiß ich Was das ist Also Das hat uns Schauen gemacht Bye bye Gut Ich habe gedacht Da wird rausgesaugt Okay Wartet mal Wir gehen mal da hin So Oh Alter Ich hasse Ich hasse Diese Überkopfsicht Ich habe jetzt Schon wieder Komplett Die Orientierung Verloren So Da ist Draus Wir hier nochmal Kurz Ich kann nicht mehr Ich muss nochmal raus Wo komme ich denn hier raus Ja ja Krieg dich ein Ende der Schwerelosigkeit Also können wir Druck machen Hä? Dann müssen wir Ständig Rinnen raus Rinnen raus Oh Eintritt Schwerelosigkeit Komm mal her Oh alter Die funktioniert So nicht Sag mal Ups Hab ich nicht Hab ich nicht gesehen Ich komm Oh alter Geh mir jetzt schon Auf den Sack So 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 Der hat es natürlich Überlebt Och Leckst Leckst Am Arsch Ich hasse So Was Du musst Auf Sauerstoff Achten Und dann Auf so Eine Kacke Oder Was Jojo Jojo Uh Ah Da Ich Was Was Wie soll ich denn das machen Wen ja meckern Warte mal Wir müssen nochmal raus U Ah I Ah U Ich hasse So So Mach auf Ich hoffe Dass jetzt Wirklich Bloß Die sind Das war Die Killen Und Dann Ne So Wo sind die denn Da ist er Hä Achso Der hinter uns Olle Babyface Hier hinten So Jetzt bist du dran Wenn ich dich treffe Alter Leckst mich am Puppes So Du Oh Alter Tschüss So Das soll Ne All Genau Hm Ich Idiot Jetzt Jetzt Erst Hab ich doch Vorhin neu Gesagt Da ist Sauerstoff Äh Gut Wo ist Die nächste Kugel Hä Gut Warte mal Wir springen Wir springen Wir kurz Da rüber So Da ist noch Ne Kugel Bitte nicht Rausspringen Du Held Echt jetzt Die hängt Jetzt da Und Hau ab So Noch eh mal schnell Tanken Hier So Wo ist denn hier noch Watt Gut Ich seh nischt Ich bin blind Da ist nischt Ach Gut Eine Kugel Ist noch Yay Super Alter Wer hat sich so n Kack Einen verlassen Das ist genau Das richtig Für mich Hä Da ist sie weg Weg Und ich bin wieder Ganz allein Ups Entschuldigung Das ist nicht Meins Das ist überhaupt Nicht meins So Und tschüss Radioaktives Material Entfernt Warte Nisast Und Tschüss Radioaktives Material Entfernt Warte jetzt Ich hab doch jetzt Hab ich gedacht Dass man das nicht so gucken kann Ey wo ist denn hier noch Warte Das ist alle die Wesen So So Hä So Und jetzt Wir haben doch jetzt Alle draus Da ist nischt mehr Da ist nischt mehr Aber ich könnte doch noch was knabbern Da ist doch noch was Du Schlimil Jetzt müssen wir bloß mal hier rausfinden Gut Du musst da hin Die Runde muss durch Eck hier Oder irgendwie so Ey Ist nicht dein Ernst Oder Also so clever Kann nur ich mich anstellen Strahlengefahr Gebannt Sicherheitssperre Geöffnet Mhm Sicherheitssperre Gut Wir müssen jetzt so da Dann müssen wir da Und dann Hä Seht ihr wo ich hin muss Ich bin verwirrt Ich brauche nochmal Sauerstoff Guten alten Sauerstoff Sag mal Ey Er zeigt mir da Und da Hietet er nie weiter Der verarscht uns doch Nö Ich glaube Wir müssen einfach bloß Villa zurück Da Uiuiuiuiui Ne Der zeigt da lang Ach da Na toll Cabin Ja Den konnte ich auch Nicht sehen Sorry Bei Im besten Willen Nicht Oh, Etaniel. Bitte sei Modition. Oder Lebensenergie. Nimm mich auch. Sag mal, hab ich nicht noch hier, äh... Das Teil, nach dem du suchst, sollte im Maschinenraum am Heck des Schiffes sein. Ich sehe massive Schäden, du musst dir also eventuell einen anderen Weg suchen, um hinzukommen. Jujo. So. Da ist man damit diese Pads. Da müssen wir vorsichtig sein. Und da wird unser Kollege denn sein. Den ich die ganze Zeit vermisse. Alter, was war denn das, Alter? Also mit, wie gesagt, so einer Schwerlosigkeit und oben, unten, links, rechts, äh... Das ist überhaupt nicht schlimm. Hat man ja nicht mitgekriegt, da. Naja, dann wollen wir mal. Ach, du Scheiße. Hä, 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 hä. Hörter, was war denn, Alter? Hörter, was war denn, Alter? Gut. Und dann kann ich das da rüber schieben, oder? Ach, das ist so ein Schieberätsel, oder was? Och, nö. Aber da drüben ist erstmal eine Kiste Die ist recht, ja Danke Also die müssen wir dann bestimmt verlangsamen Und dann abballern Unter Druck Ja, kann man mal machen, ne Munition Ich schließe mich jetzt einfach hier ein Okay Gut, hier geht er doch nicht lang Hätte er sein können Und außerdem hätte er noch was dahinter sein können Na los, komm Boah, Alter, ich hasse das Ich hasse so viele So Bitte da Bitte da Und bitte Nee, du nicht da Hui War hier einfach So, du Da Jetzt kommt gleich einer um eine Ecke PSD Müssen wir verlangsamen Genau Na, komm her Ist der jetzt kaputt? Ich hab noch So ungefähr Habe ich mir das gedacht An die kann ich mich auch nicht erinnern Hm Hm Okay Hier ist nischt Da, da ist was Ich werde es haben Immer für die falsche Knabe So Ich hab Ich hab da bloß Das Flaggei gesehen Ich hab gedacht Das ist das Vieh Dabei ist es bloß eine Flamme Gut Äh Da ist nischt mehr mit Jans machen Du bist so durch In Nachhinein sieht es ganz schön nach einer Pfeile aus Jut, da ist ein Schaltknoten Na komm Hä Ach, Sägeblätter Modition ist immer gut Gut Wir müssen so oder so da durch Er hat halt mir gedacht Aber da ist noch was Oh, Alter Immer schön die falsche Munition einsammeln Mhm Ich peile ihren Standort an Aber offenbar kann ich sie nicht erreichen Dieses verdammte Schiff wurde fast in zwei Hälften gerissen Ich habe es auf die Brücke geschafft Es ist schuldig hier Diese armen Schweine hatten nicht die Spur einer Chance Ich werde alle Türschlösser deaktivieren Damit sie zum Maschinenraum durchkommen Wir sehen uns dann dort Jojo Alle Türschlösser deaktivieren Mehr oder weniger Ich würde mal sagen Wir werden kleine Päuschen machen Ich geruch Und wir sehen uns quasi Hä Wir sehen uns dann quasi morgen wieder Also bis dann Oh, ich muss jetzt mal hier ausprobieren Also, bye bye Ich bin mal hier ausprobiert Und ich bin mal hier ausprobieren Ich bin mal hier ausprobiert Das war's für heute.